Musik Das Lustige an dem Bild, die es mit den Kühen war vor allen Dingen, dass die Charaktere dieser Band auch in den einzelnen Gesichtern dieser Kühe auch wieder zu erkennen sind. Also wir wussten von Anfang an, wer ich bin, wir wussten von Anfang an, wer der Markus ist, wir wussten, wer der Matthias ist, wer der Thomas ist. Musik Musik Im Prinzip war es ein totaler Zufall, ich habe irgendwas gesucht, was jetzt nicht so unbedingt dieses Image des normalen Rollers so beginnt. Weil das geht mir im Moment ziemlich auf den Keks, dass gerade so in der Unterhaltungsindustrie sich die Leute alle selber für so unfassbar wichtig halten und selber meinen, sie wären ja wie der Mittelpunkt der Erde. Und dann habe ich mir gedacht, man kann ja auch mal irgendwie einen Gegenpool machen, in dem wir halt mal was Lustiges machen. Weil wir sind ja eigentlich eine Spaßband, wir machen die Musik aus Freude. Musik 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 Ja, jetzt haben wir es ja schon fast einmal gespielt, das neue Programm. Und da kommen jetzt ganz viele tolle Konzerte und wir sind super froh, wir freuen uns damit jetzt rauszugeben. Und hey, kommt vorbei, guckt es euch alle. Musik 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 Musik